Hey ho Leute und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute habe ich einige News für euch bezüglich eines Avatar-Romans. The Rise of Kiyoshi bzw. Kiyoshis Aufstieg. Es gibt zwei Bücher. Im ersten der zwei Bücher wird behandelt, wie Kiyoshi die respektierten Kiyoshi-Kriegerinnen gründete und des Weiteren, wie sie das geheimnisvolle Dali, welches zur Korruption und dem Verfall und dem Untergang des Erdkönigreichs fürde, gründete. Sprich, Kiyoshi ist die Gründerin des Dali, falls ihr es noch nicht gewusst habt. Geschrieben ist der Roman von F.C. Yi und Michael Dante DiMartino, dem Avatar-Autor. Eine deutsche Übersetzung ist noch nicht angekündigt. Das Buch ist derzeit für 18,99 Dollar ausgeschrieben und wird auch als E-Book verfügbar sein. Was haltet ihr davon? Ich selbst freue mich schon enorm drauf und kann das kaum abwarten. Es ist zwar ein Roman, aber solange die Story gut gemacht ist, kann man gut und gerne auch auf Illustrationen oder sonstiges verzichten. Lasst es mich in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Das war's von mir und bye!